Ganz, ganz, ganz viele tägliche Entscheidungen. Was sind denn so deine Erfahrungen mit Entscheidungen, Treffen von Immobilienmarken? Ja, also grundsätzlich würde ich das erstmal vielleicht allgemein betrachten, das Thema. Ja, nein, vielleicht kommt ein weiteres Thema ins Spiel oftmals. Herzlich willkommen zu unserer nächsten Evolution-Podcast-Folge. Heute ein spannendes Thema, nämlich ja, nein, vielleicht. Wie trifft man eigentlich Entscheidungen? Und gerade als Immobilienmakler ist das ja ein Riesenthema und zwar in der ganzen Bandbreite. Also ganz, ganz, ganz viele tägliche Entscheidungen und häufig laufen die Leute in eine Falle rein. Leon, mein Partner, wie immer hier im Podcast. Was sind denn so deine Erfahrungen mit Entscheidungen, Treffen von Immobilienmaklern? Ja, also grundsätzlich würde ich das erstmal vielleicht allgemein betrachten, das Thema. Ja, nein, vielleicht. Und vielleicht mal auch das Thema Entscheidungen treffen, so ein bisschen lenken. Also meines Erachtens nach ist das ein großes Thema, was mit Selbstschutz zu tun hat, dass Menschen oft versuchen, sich selber zu schützen, um sich nicht direkt committen zu müssen auf irgendetwas Bestimmtes. Und es ist jetzt erstmal egal, was das ist. Ja, man kennt ja dieses, ja, mal sehen, vielleicht, mal gucken, ob das so klappt, mal gucken, ob ich das zeitlich hinbekomme. Ja, also dieses keine klaren Aussagen treffen, weder in die eine noch in die andere Richtung. Und wie gesagt, meiner Meinung nach liegt das viel an Selbstschutz, um nachher nicht, sag ich mal, dumm dazustehen, weil man eben was gesagt hat, was man eigentlich anders gemeint hätte. Und dann kommt halt sehr oft dieses Vielleicht ins Spiel. Ja, das ist so für mich ein Thema und das, um jetzt den Übergang zu schaffen, ist natürlich eine Sache, gerade auch in Verkaufsgesprächen, in Strategieberatungen, in generellen Gesprächen, auch branchenübergreifend oft der Fall, dass das Thema, ja, ich muss mal nachdenken und dies und jenes und ich bin mir noch nicht sicher und ich weiß nicht, kann ich das überhaupt und so weiter. Ähm, aber es werden halt keine klaren Entscheidungen getroffen. Ja, ich zieh das durch. Ja, ich glaub daran. Oder ich hol mir alle Informationen, die ich brauche, um ein klares Ja geben zu können. Ja, weil oftmals ist so, ist denn für dich alles geklärt? Ja. Okay, dann, nee, ich muss trotzdem nachdenken. Okay, lass uns das nochmal richtig beleuchten. Also der allererste Punkt ist ja erstmal, bei einer Entscheidung weiß ich überhaupt, was ich will. Ja, weiß ich überhaupt wirklich, was ich will. Ja, also ist ja völlig egal, will ich ein Auto kaufen, will ich ein Haus kaufen. Will ich mir einen neuen Anzug kaufen oder eine Uhr. Egal. Egal was. Weiß ich überhaupt, was ich wirklich will. Punkt eins. Punkt Nummer zwei, wenn ich keine Entscheidung treffe oder treffen kann, dann hat das immer was mit Unsicherheit zu tun. Ja. Und eine Unsicherheit ist immer in Abwesenheit von Wissen. Das heißt, mir fehlen Daten und das verstehen viele nicht. Mir fehlen Daten. Ich gebe mal ein Beispiel. Immobilienmakler. Wertermittlung. Ja. Wenn ich als Immobilienmakler durch ein Haus gehe und eine Immobilie Pi mal Daumen bewerte, dann kann da nur Soße bei rauskommen. Das ist Bullshit. Ja. Weil ich habe ja gar nicht alle Daten. Ja. Ich weiß erstmal nicht, wie ist denn überhaupt die Beschaffenheit des Hauses. Also ich schätze mal so ein bisschen. Ja. Frag den Verkäufer, ja, was wollen sie denn haben? Ja, okay, legen wir nochmal 100.000 drauf. Ist jetzt mal ein bisschen flapsig gesagt. Ja. Das heißt, das heißt, erst mal hat Entscheidung etwas mit Daten zu tun. Ja. Und zwar, wenn ich unsicher bin, dann fehlen mir Daten. Mir fehlen Informationen. Also dieses Thema Vollständigkeit. Ja, das ist, das gebe ich dir 100 Prozent recht. Aber jetzt kommt ja ein weiteres Thema ins Spiel. Oftmals, dass die Leute gar nicht richtig versuchen, an die Daten überhaupt dran zu kommen. Klar. Ja, also die lassen sich quasi selber in der Unsicherheit drin. Ja, das hat aber was damit zu tun, dass leider Gottes viele Menschen da draußen auch ziemlich verwirrt sind. Das hat aber wieder damit zu tun, weiß ich überhaupt, was ich eigentlich wirklich will. Ja. Ja. Also wenn, nehmen wir mal ein Beispiel, du gehst durch die Stadt und, und läufst an einem Geschäft vorbei und siehst irgendein T-Shirt. T-Shirt ist ja so ein Mitnahmeartikel. Ja. Ja. Oh, gefällt mir toll, nehme ich mit. Ja. Schmerzt nicht, also tut nicht weh. Puh, okay. Ja. Aber selbst beim Schuhe kaufen oder beim Anzug kaufen tun sich ja nun schon Menschen schwer. Ja, ich weiß nicht, steht mir der, passt das und so weiter und so fort. Also eine absolute grundsätzliche Sache ist, weiß, ich, was ich will oder besser gesagt, finde heraus, was du wirklich willst. Ja. Was ist dein Weg? Was ist dein Ziel? Was ist deine Absicht? Ja. Und das ist gerade in Bezug auf Business genau das Gleiche. Weil wenn einer, also ein Problem erzeugt sich ja aus, wenn ich sage mal, ich auf der einen Seite sage, ich will ein cooles Business aufbauen. Auf der anderen Seite bin ich aber nicht bereit, meine, auf meine Freizeit mal für einen Zeitraum von zwei, drei, vier Jahren zu verzichten oder die einzuschränken. Ja. Ja. Also den Preis nicht zu bezahlen. Ja. Und dann ist ja klar, dann steht das eine gegen das andere. Wie soll das funktionieren? Ja. Und dann fällt einem natürlich auch jede Entscheidung schwer, die Entscheidung zu investieren. Also in mich zu investieren. Die Entscheidung, in mein Business zu investieren. Oh. Und dann kommt wieder so des Maklers liebstes Kind. Oh, da habe ich ja jetzt, kriege ich ein Immobilieangebot. Oh, die könnte ich ja auch selber kaufen. Ja. Anstatt, was ja durchaus in Ordnung ist, aber anstatt erstmal das eigene Business zu investieren, erstmal das eigene Business nach vorne zu bringen. Ja, weil da hast du 20, 30 oder vielleicht sogar 35 Prozent Rendite. Ja, da brauche ich doch erstmal über nichts anderes nachdenken. Ja, mein eigener Laden fliegt noch nicht und ich fange schon an, irgendeinen anderen Blödsinn zu machen. Ja. Ja, das ist ein gutes Thema, was du ansprichst. Also es gibt ja eigentlich keine Sache, wo der Return on Invest höher ist als das eigene Unternehmen. Absolut. Weil 20, 30, 40 Prozent Rendite ist ja jetzt die Unternehmensrendite, die du gesagt hast. Aber wenn du in Wachstum investierst, wächst ja auch exponentiell die Rendite unterm Strich. Und ich sage auch ganz ehrlich, wenn ich mitbekomme, dass dann Leute, ja, ich habe sieben, acht, neun Unternehmen. Ich kann da ehrlich gesagt nur grinsen. Ja, ich kann da wirklich nur grinsen. Natürlich nicht pauschal, ja. Nicht pauschal, wenn du am Anfang, wohlgemerkt, also baue erstmal ein Business richtig cool auf, fokussiere dich, konzentrier dich, ja. Und mach nicht zu viele Baustellen, ja. Weil eine Verwirrung, also Verwirrung, ein Durcheinander im Kopf, ja, ist etwas, was natürlich auch sehr häufig bei Entscheidungen eine Rolle spielt. Deshalb sagen wir ja auch, ja, nein, vielleicht. Also um es mal ganz simpel, ganz einfach zu machen. Fangen wir damit an, eine klare Entscheidung zu treffen. Also heißt, Wow-Faktor, ne, ist ja unser, unser, unser Thema. Wir sagen, wenn es den Wow-Faktor hat, dann mach es, ja. Hat es nicht den Wow-Faktor, also es ist Käse, es gefällt dir nicht, du findest es nicht cool, dann lass es sein. Dann sag aber auch nein. Dann sag doch bitte nein, genau. Hör doch auf mit diesem Vielleicht-Gedöne, ja. Dieses, die Vielleicht-Sachen, die zerlegen die Leute da draußen. Also das zerlegt die Leute. Also, weil je mehr Vielleichts du im Kopf hast, umso mehr hast du im Kopf dran, ja. Also Verunsicherter, Verwirrter, alles, was dich irgendwie einschränkt, ja. Du belastest dich ja, ja. So, was weiß ich, der Freund fragt dich, soll man heute Abend was machen? Ja, vielleicht. Fünf Minuten später ruft dich deine Freundin an oder Frau an, sagt, ja, soll man heute Abend was machen? Ja, vielleicht. So, dann hast du schon zwei, ja. So, und dann ruft dich deine Mutter noch an, ja, und sagt, oh Mensch, du bist aber auch schon lange nicht mehr da gewesen. Ja, müsste eigentlich mal vorbeikommen, ne. Zack, hast du die dritte Nummer. Und schon, das ist jetzt mal ein paar. Ganz, ganz einfach, ja. Ein simples Beispiel, ja. Und das gilt übrigens auch für, bringe ich einen Zyklus, also bringe ich eine Sache, also ich mache morgens den Briefkasten auf, ja, und hole die Geschäftspost raus, gehe ich jetzt das Ding an, ja, klares Ja, ich arbeite das jetzt ab oder, ha, muss ich mir mal angucken, vielleicht. Dann legst du es beiseite, ja, und irgendwann, das Schreibtisch wird immer voller, immer voller, immer voller, das wächst und wächst und wächst und am Ende des Tages stehst du da und hast so viele offene Tickets am Start, dass du komplett weird in der Birne bist und gar nichts mehr gebacken kriegst, ja. Also es ist zerstörerisch. Also diese Vielleichts, die bringen einen echt an den Rand von nervlicher Megabelastung. Komplett bescheuert. Im Übrigen auch, Leon, den Verkäufer genauso. Wenn du als Makler dem Verkäufer nicht super coole Daten lieferst, dann geht es ja dem Verkäufer genauso. Ja, wenn der Verkäufer eine Meinung hat im Kopf und ich als Makler nicht in der Lage bin, ihm das sauber zu erklären und zwar ihm genau die Daten zu liefern, auf der Basis er eine klare Entscheidung treffen kann, dann ist das sexy. Und warum sollte denn ein Verkäufer zum Beispiel eine Entscheidung treffen, wenn er eigentlich noch gar nicht weiß, ob er wirklich verkaufen will? Oder? Ja, auf jeden Fall. Jetzt überleg mal, wie geht es dir denn im Leben? Ja, so, ah, eigentlich sollte ich mir ein neues Auto kaufen. Ja. Also, ja, es werden halt einfach ganz viele Zyklen aufgemacht durch dieses Vielleicht-Thema. Die werden nicht geschlossen, die bleiben im Kopf und verwirren und, ja. Ja, machen Drama unterm Strich. Also, eine Sache nochmal, ganz klare Botschaft mit euch da draußen. Also, lernt wirklich klare, wirklich glasklare Entscheidungen zu treffen. Ein klares Ja oder ein klares Nein. Hört auf, vielleicht. Vielleicht verbannt das einfach aus eurem Leben, weil vielleicht macht euch das Leben schwer. Ja, wenn euch diese Podcast-Folge gefallen hat, dann natürlich Daumen hoch. Punkt Nummer eins. Punkt Nummer zwei. Abonniert unseren Kanal und schreibt uns gerne hier Kommentare, wie es denn euch mit dem Thema Entscheidungen geht, ja. Seid ihr in der Vergangenheit vielleicht auch eher der Vielleicht-Typ gewesen oder trefft ihr immer klare Entscheidungen oder tut euch wirklich im wahrsten Sinne des Wortes schwer? Also, einfach mal Kommentare reinschreiben. Ansonsten folgt uns natürlich auch auf den sozialen Medien, wie Facebook, Instagram, TikTok und so weiter. Und, last but not least, wenn ihr mehr Sicherheit als Makler haben wollt, mehr Sicherheit in Entscheidungen haben wollt, dann in der Infobox einfach kostenfreie Coaching-Session buchen und wir helfen euch weiter. In diesem Sinne, macht's gut und bis dahin. In diesem Sinne, macht's gut und bis dahin.